und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa starten wir mal rein so freunde nacht jetzt wird gelacht es wird gezockt und zwar top rider legacy of oder nobunaga und sehen hey so Ah ja, jetzt weiß ich ja wie es war. Kann man hier noch jemand einsammeln? Ja, da wird auch noch mit. Obt, sind wir nie aufgepiekst. Ist das jetzt dieser Schalter? Nee! Ich glaube der Schalter war das. Jetzt hier runter, schön weiter laufen. Ja, passt. Ja, wenn, dann machen wir hier alles kaputt, ne? Ich hab hier auch meinen Stolz hier, ne? Na, schriftze wohl. Das immer so ist, das geht doch. So, Schriftrollnummer, was war das jetzt? Zwei oder drei? Okay. Ich lass erstmal nachgucken. Welche noch fehlt. Äh, ich hab mich verschwungen. Okay, ich mach ihn auch noch kaputt. Oh, ist sowas versteckt? Dann nehmen wir es gerne mit. Dann komm ich jetzt hier wieder raus über den Schalter. Ich weiß nicht gerade, ob es hier auch einen anderen Weg gibt. Ist ja gar nicht mehr stehen. Oh, wenn es nur um mich ist. Ops. Ach, ich sehe. Ach, ich sehe. Ach, wir müssen hier mal sehen. Ach. Ach, ich sehe. Ach, ich sehe. Ach, ich sehe! Ach, ich sehe. So, jetzt könnte ich die Schriftrollen hier einsetzen. Jetzt sehe ich, ob noch eine fehlt, auch nicht. Drei Stück, nee, passt. Wo soll ich zunehmen? Komm, und noch eine. So, den Gong habe ich auch. Ich kann jetzt hier reingehen. Dann nach oben möchtest du? Okay. Ja, jetzt hätte ich noch mal sofort den Schalter. Jetzt hat sich etwas getan. Was auch immer. Ah, hier ist eine Kiste. Ja, jetzt gibt es für mich so ein bisschen Neuland. Viel weiter habe ich noch nicht vorgespielt. Ich würde mir das gut vorstellen, wo die hinkommt. Die Kiste. Nein, nein. Untertitelung. BR 2018 Wo war das Loch? Noch einer vorne. Okay, noch einer vorne. Okay, noch einer vorne. Ich sehe gerade nicht, es ist eine Klappe. Ah ja, verstanden. Oh, das ist eine Klappe. 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 Ah, so funktioniert es. Hier ist noch ein Schalter und da ist noch ein Schalter. Gut, gehen wir mal so ein bisschen nach der Reihe. Nummer eins. Nummer zwei. Ups, nein, nicht runterfallen. Nummer drei. Aber ich denke mal, der Boot muss ja irgendwie... Das wird jetzt interessant. Ja, bestimmte Reihenfolge. Oder der unterste Schalter. So, ich probiere einfach mal eine andere Reihenfolge aus. Eins. Nicht mal den hier. Zwei. Und drei. Ich bin noch mal... Ah... Geht doch! Gonghammer! Jawoll, komm, use the Gonghammer! Ein! Cool! Big in Japan! Wollen wir mal Tauben auf dem Dach hin. Ist das Wunder zu Ende? Nee, eine Tür geht noch auf. Hm. Ach. Hier haben wir noch eine Leiter. Und jetzt? Okay. Gut. Äh, Lava. Eigentlich soll ich jetzt hier runter. Na, dann mach ich halt so. Ja, äh, da war ich schon. Der Gong ist betätigt. Fick los. Ach du. Ach du meine Güte. Was ist das denn? Freust du gleich? Okay, 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 okay. Alter, ich habe noch nie gesehen so was. Ich bin doch. Ich bin mal springen. Ich bin nervös. Aber jetzt könnte ich diesmal eine andere Waffe gebrauchen. Einfach jetzt nur mit der Schotterwaffe. Ich dachte, vielleicht ist es unnötig, aber... Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. hahaha ja und haben noch einen dritten wir haben noch ein paar komische Geräte also so wenige kreaturen hat die aber auch nicht so gut drauf Oh, yuck. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich denke mal, das war's. Ich denke mal, das war's, wirklich. Das hat sich hier eine Tür geöffnet. Durch die könnte ich ja einfach mal hindurchgehen. Ah, oh. Ja, jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Das war's. Level 1, 2, 3 erfolgreich beendet. Geheimnisse 5 von 9. 6 von 8. Geheimnis 5 von 10. Vielen Dank.